Das ist das ruhigste Let's Play, was, was, was ich jemals so gemacht, gehört und gesehen habe. Dann wird sich auch, ist jedes Wort schon fast zu schade fühlen. Danke. Und wo füllen sie mich jetzt hin? Wenn sie rufen im Flug, kommen sie dann gar nicht vielleicht ein bisschen auf. Nee. Nicht immer. Aber das ist sehr schön, das Wort nicht. Immer so schön aufladen können. Gesundheit. Danke. Soundenergie. Da oben will ich auf jeden Fall rauchen. Ich denke, ihr werdet mir da helfen. Schnitten Schnipsel ihr. Ja. Dann folge ich einfach mal. Oder hätte ich mich da noch umschauen können. Nee, wenn die weiter fliegen, hast du alles. Und das nächste Gebilde. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen düster. Schau, dass du dich noch aufgeladen bekommst. Los, leid mich auf. Los, leid mich auf. Ja, aber immerhin habe ich es wieder ein bisschen bekommen. Da fließt dann runter. Ich nehme jetzt einfach mal nicht an, dass da unten was ist. Guck mal, in dem Turm drin sind die Schieße auch noch eingebauten. Ah, cool. Solche Situationen helfen sie mir ganz gut. Und er nimmt mich jetzt noch ein Stück drauf. Die wollen, dass ich ihre Freunde hier drin befreie. So würde ich es jetzt deuten. Was auch immer da drin passiert. Ich habe da so scheinbar keinen Einfluss drauf. Und sie reagieren nicht. Klettern wir einfach mal weiter. Und ich sehe da unten immer Wind. Impresante Winde. Und ein weiterer. Danke fürs Mitnehmen. Ah, schade. Da hätte ich jetzt zum Beispiel was hingepackt. Einfach so, weil das Levelende so nah ist. Ich sage doch, ich hätte da was hingepackt. Das ist mein Schall war, nach dem Teil nicht so lang wie deiner. Da ist ja irgendwie schon doppelt so lang wie ich. Sieht das so aus. Ich habe auch gefallen, dass dieser Aura-Ball jetzt auch viel größer ist und viel effektiver. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Radius. Dann. Abschluss Teil 3. Und da fährt die U-Bahn wieder. Süß. Ah, das hat die U-Bahn wieder Leben gegeben. Interessant. Wenn man das jetzt versucht zu deuten. Und so viele hat, um das zu deuten. Und sie sind frei. Endlich. Sie können mit ihren Artgenossen spielen. Ach, da geht's. Ja, kann gar nicht hinten weitergehen. Okay. Nimm mich doch bitte mit. Ja. Das habe ich voll vergessen. Ach, genau. Ich wollte das schön durchs Tor. Das ist auch genug Möglichkeiten. Ich hoffe, ich habe jetzt dafür nicht was anderes verpasst. Ja. Aber das hat auch was. Das ist auch mal cool. Das ist auch cool, ja. Bäm. Den Fehler machen alle. Wow. Na, 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 na. Nein, 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 nein. Lass mich doch hoch. Sehr cool sehen. Da bin ich immer, immer von da unten aus hochgequält nach da oben. Schön. Ich habe es auch gerade noch im letzten Moment gesehen. Ich wollte mich jetzt von hier oben umgucken, wenn du mich lässt. Dankeschön. Nee, ich gleite leicht zur Seite. Hier oben. Ich fahre gleich wieder runter. Seht ihr das? Und... Da falle ich wieder. Boah, wie entlang der Schar jetzt ist. Dann wollte ich die Mini-Derve anfangen. Und hier wieder ein Stück. Boah, wie der Sonnenschein, wie der hier von dem Sand reflektiert wird. Richtig. Das ist Glitzsand. Toll, ne? Ja. Das ist immer so Abenddämmerungsstimmung. Da, 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 da.